Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 25.01.2022. Ihr hört die Geek Talk Daily, 1956. Für mich das zweite Mal, denn ich bin unglaublich müde, habe die Aufnahme gemacht, beendet, nicht abgespeichert. Und ja, dann war sie halt weg. Deshalb, was habe ich heute für euch? Comeback, WiFi 7, QR-Codes, Calla, Musik-Streaming und Fritz OS 7.50, sowie noch ein kleiner Hinweis auf den ColorOS 12. Ich starte gleich mit dem ersten Thema. Apple hat ein tolles neues Video rausgebracht. The Comeback nennt sich das Ganze. Das bezieht sich auf das chinesische Neujahrsfest, welches ja aktuell irgendwie, ich glaube, irgendwie anfangs Februar dann stattführen wird. Es ist ein 23-minütiger Minifilm, der komplett, und wie könnte es anders sein, mit dem iPhone 13 Pro und oder ich denke doch mit mehreren iPhone 13 Pros gedreht wurde. Eindrücklich, was heute möglich ist, mit eben Smartphones, ein bisschen zusätzliche Technik und wahrscheinlich einen Haufen Geld und tolle Regisseure. Und zusätzlich hat Apple nicht nur den Film rausgebracht, sondern auch gleich noch das Making-of dazu. Beides findet ihr logischerweise in den Shownotes verlinkt auf daily.geektalk.ch und natürlich auch im Podcatcher eures Vertrauens zum einfachen Anklicken. Weiter geht es mit WiFi 7. Und ja, nee, es ist so. WiFi 6 ist aktuell, WiFi 6e vielleicht, für den einen oder anderen Hersteller, der sich da an den neuen Begrifflichkeiten bedient. Das ist der aktuelle Standard, das wird ja auch noch ein Weilchen bleiben. Das heisst, ihr müsst jetzt nicht warten, bis WiFi 6 kommt, wenn ihr was Neues braucht, äh, WiFi 7 kommt, denn das wird noch ein bisschen brauchen. Aktuell ist einfach der Standard definiert worden, man weiss jetzt, wohin die Reise gehen will. Und es wird noch ein Weilchen dauern, bis erste Geräte kommen. Auch wenn es in den gewissen Meldungen heute online, oder ich weiß gar nicht, online hiess, dass die ersten Geräte 2023 und 2024 kommen werden. Mein Tipp, Finger weg von denen. Das sind nämlich dann eh die meisten, die dann schlussendlich eben, die ersten solltet ihr nie wirklich kaufen. Ausser bei den Herstellern, wo ihr Vertrauen dazu habt. Weil, ähm, ja, manchmal ist dann doch noch irgendwie nicht alles ganz so fix. Und dann hat man ein Gerät, was dann schlussendlich nicht ganz das Richtige ist. Aber kommen wir dazu, was kann WiFi 7? Theoretisch kann man da bis zu 30 Gigabit in der Sekunde durchschleusen. Also durch die Luft. Im Labor gingen sogar bis zu 40 Gigabit in der Sekunde durch. Wie ist das Ganze möglich? Das ist relativ einfach. Es wird nicht nur das 2,4 und 5 GHz Band genutzt. Nein, es kommt noch ein zusätzliches 6 GHz Band. Und da ist eben der Hund begraben. Soviel ich weiss, ist der noch gar nicht in allen Ländern wirklich freigegeben für eben WLAN-Funken. Weiter ist so, dass die Möglichkeit, dass die Frequenzbänder selber mehr funken. Und zwar mit 320 mHz Sekunden. Und nicht nur 160 MHz. Was sage ich? MHz. Megahertz. Und dazu kommen natürlich auch neue Technologien. Natürlich ist MIMO, Multi-Input, Multi-Output, nach wie vor ein Thema. Es ist aber nicht mehr nur 8 Antennen, die da parallel, also 8x8 funken können, sondern jetzt 16x16. Da freue ich mich schon auf die Umsetzungen. Und die 18 Antennen, also besser die 16 Antennen, oder eben nicht ganz. Aber ihr wisst, was ich meine. Auf diesen ganzen Geräten, das wird was Lustiges. Irgendwann wird es zu einem Tannenbaum oder sowas. Dazu kommt Multilink Operation. Das Ganze ist abgekürzt unter MLO. In einfach gesagt, es können zumindest kompatible Geräte, die den WiFi 7 Standard unterstützen, nicht nur ein Frequenzband sich schnappen, sondern mehrere. Und zwar zum Senden und Empfangen. Und somit kann man dann eben damit deutlich mehr Datenzusätze erreichen. Und natürlich auch mehr das Netzwerk belasten. Ich bin mal sehr gespannt, vor allem eben auch, wann das Ganze dann schlussendlich kommen will. Die Google-Kamera-App. Ihr kennt sie sicherlich. Die kann seit Android 12, zumindest bei den Pixelgeräten, jetzt auch QR-Codes lesen. Etwas, was Windows-Phones schon ganz früh konnten. Das iPhone irgendwann in den letzten drei oder vier Jahren dazugelernt hat. Und jetzt Android auch kann. Und ja, bitte. Ich weiss, der eine oder andere Hersteller hat das in seinen Aufklatsch auf Android schon mit reingenommen. Und oder es ging mit anderen Apps. Logisch, alles da. Aber nativ in Android kommt es erst jetzt langsam. Doch da gibt es ein kleines Problem. Denn die App liest manchmal ein bisschen falsche URLs raus. Und oder falsche Daten. Und sonstige Dinge, die da in diesem QR-Code drin sind. Also somit mit Vorsicht geniessen, falls ihr das da schon nutzt. Und immer double-checken. Weiter geht's mit Philips Hue. Auch die haben rund um die CS immer wieder mal neue Geräte angekündigt. Im 2018 waren es die Philips Hue Color. Das sind so Aussenlampen, wo man Wege und oder Büsche und andere Geschichten, Mauern beleuchten konnte. Die gab es damals in schwarz. Das gab es bis jetzt. Jetzt kommt per Anfang Februar diesen Jahres. Das Ganze in silbern. Juhé. Wer also noch nicht zugeschlagen hat, weil die Farbe nicht gepasst hat, der kann das bald schon tun. Es gibt neue Zahlen zu Musik-Streaming-Dienste. Und da muss man dazu sagen, geht das Ganze zurück auf Daten von Marktforschern. Das Media Research, um genau zu sein. Die haben ein bisschen Zahlen rumgeguselt und ein bisschen zusammengewürfelt. Und gesehen, dass das Streaming-Dienst für Musik im letzten Jahr, im Vergleich auf die Jahre 2020 zurück, um 26,4% gewachsen ist. Dazu kommt, dass zum Beispiel Spotify, der Platz ist, der erste auf dem Treppchen geschrumpft, ist aktuell bei 31%, im Vorjahr bei 33% und im Nochvorjahr, also 2019, waren es noch 34%. Warum ist das so? Zum einen, weil die anderen aufholen. Zum anderen, weil immer mehr solche Streaming-Dienste auf den Markt kommen, weil irgendwie jeder mittlerweile das Ganze anbietet. Wie schaut das Ganze jetzt aus? Ganz einfach. Spotify, Platz 1 mit 31%. Platz 2, knapp, weit danach, aber knapp auf zweiter Stelle, ist Apple Music mit 15%. Den dritten Platz, den teilen sich zwei. Oder ist es dann der vierte Platz? Ne, ich glaube, die teilen sich den und dann gibt es den fünften. Ja, auf jeden Fall. Amazon Music und Tencent Music sind mit 13%. Dann Google Music, also besser gesagt YouTube Music, was vielleicht bald wieder Google Music, äh, lassen wir das. Dann NetEase, dann Deezer, Yandex und Others. Others sind 10%. Da sind eben noch ganz viele hinten nach, die es noch gibt, was das anbelangt. Ich denke auch, dass vor allem bei Tencent Music noch ganz viel Potenzial da sein könnte und die in nächster Zeit deutlich wachsen könnte. Das Gleiche gilt natürlich auch für Yandex, die aktuell bei 2% sind. Yandex, das ist so die Suchmaschine aus dem russischen Bereich, die eben unter anderem auch Dienste anbietet, wie eben Musikdienst zum Beispiel. Ja, was habe ich dann noch für Themen für euch mit aufgeschrieben? Genau, die Fritz OS 7.50, auf die ich mich schon sehr freue, weil es aktuell nur als Labor gibt und von der ich abrate zu installieren. Weshalb, das könnt ihr im Blogpost nachlesen. Auch der ist verlinkt in den vorher schon genannten Möglichkeiten. Warum freue ich mich? Weil WireGuard Einzug erhalten wird. Damit wird AVM auf ein neues VPN-Protokoll ausweichen oder umstellen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil sehr schlank, sehr potent, sehr latenzarm und logischerweise auch kostenlos alles mit dabei. Auch noch ein paar andere Dinge sind da mit drin. Wenn es Wunder nimmt, gerne reinlesen. Und es gibt ein neues Video von mir auf dem Pogipsi Network YouTube-Channel. Da geht es um das Oppo Color OS 12. Gestern Abend kam das Update bei mir endlich an auf dem Find X3 Pro. Und dann habe ich gleich sofort ein Video gemacht, das in der Nacht noch geschnitten. Bin dann nach Hause schlafen, während es gerendert hat und es hochgeladen hat. Und am Morgen konnte ich es fertig machen und euch online stellen. Ich wünsche euch viel Spass, wenn ihr es euch anschaut. Und ja, ansonsten bis bald, würde ich doch sagen. Habt einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Euer Pogipsi und jetzt gehe ich abspeichern, bevor ich das wieder schliesse. Gute Nacht. Hört mehr Geek Talk.